Auswärts hätte es in dieser Saison beim FC Augsburg besser laufen können. In vier von bisher fünf Spielen gab es eine Niederlage. Jetzt soll es auf Schalke besser werden. Der FCA freut sich auf die Partie. Ich denke, dass es ein Highlight ist, in Schalke zu spielen. Das Freitagabendspiel kommt positiv mit dazu, weil es eine gute Bühne ist, sich zu zeigen. Da wollen wir uns von unserer besten Seite zeigen, unsere beste Leistung abliefern. Es ist klar, dass Schalke Champions League Teilnehmer ist, gute individuelle Mannschaft darstellt. Da brauchen wir uns gegenseitig im Kollektiv, um da zu bestehen. Aber es ist klar, dass wir da hinfahren, um zu gewinnen. Trotz Trainerwechsel – zurzeit läuft Schalke seiner Form hinterher – liegt aktuell sogar drei Plätze hinter Augsburg auf Tabellenplatz 12. Und das kann aus Sicht von FCA-Trainer Markus Weinzierl auch gerne so bleiben. Wenn schon kein Sieg, auch mit einem Remis wäre Augsburg durchaus zufrieden. Wir können nicht nur verlieren und gewinnen, sondern wir brauchen auch mal unentschieden. Und das wäre eine gute Gelegenheit morgen Abend, weil dann wären wir nach dem Spieltag auch vor Schalke. Und das ist das Ziel, da eben alles zu geben, im Zweikampf über 90 Minuten sich zu behaupten. Und da mindestens einen Punkt zu holen, wenn sie uns die Möglichkeit geben. Nach dem 2 zu 0 zu Hause gegen Freiburg reist der FC Augsburg mit Selbstvertrauen nach Gelsenkirchen. Und auch Tobi Werner steht nach seiner Gelbsperre vor der Rückkehr ins Team. Schalke jedoch muss in der Partie gegen den FCA auf den verletzten Joel Matip verzichten. Fraglich auch der Einsatz von Kevin-Prince Boateng. Dennoch, klar ist, auch Schalkes neuer Trainer Di Matteo will und braucht einen Sieg. Es ist ein Spiel, wo Schalke Favorit ist, aber wo es durchaus möglich ist zu gewinnen. Und wir erwarten ein enges Spiel. Der FCA blickt durchaus mit Zuversicht auf die Partie im Ruhrpott. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe die Partie im Ruhrpott. Das war's für heute. Das war's für heute.